Herzlich Willkommen zu X2 Let's Play Landwirtschaft Simulator. So. Den ganzen Gedöns mal weg. Ach. Mhm. Mhm. Ich sag nichts. Weil ich glaub die meisten Leute wissen. Ich war mit dem Gedanken in der letzten Folge. Wir fahren zum Pferdehof und bringen das Stroh weg. Mhm. Ja. Ist okay. Ja. Auf jeden Fall bringen wir das Stroh weg. Ja. Weil wir ja auch Stroh bei uns haben. Mhm. Man sieht so viel, ne? Ja. Aber ich probiere es. Warum nicht? Wie kann man sich denn so hardcore, so minimal verschätzen nur? So, abladen, dann bringen wir den Wagen weg und dann holen wir uns den Ladewagen. So, abladen wir uns den Ladewagen. So, abladen wir uns den Ladewagen. So, abladen wir uns den Ladewagen. Mal gucken, ob ich Allrad brauche für Stroh einfallen, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Bin mal gespannt, ob er das so macht. Ab letztes Mal, wo ich das probiert habe, auf jeden Fall mitgemacht. Das weiß ich, aber ich werde das jetzt mal probieren. Ob er es auch ohne macht. Na, easy, ne? Also, was ich muss ist, weißt du mal... So. Will ich es in kleinen Gang nehmen. Weil, ab der ja vorhin halt immer... Und aus dem Grund ist das so schon eine ganze Ecke angenehmer. So. Untertitelung des ZDF, 2020 Man braucht ja nur auf das Slab achten ob wir Wheelspin haben auf der Achse wenn nicht dann auf die Räder, dann können wir einfach durchziehen Ich will jetzt erst mal überlegen, wirklich die KI-Main zu lassen aber wie soll jetzt ganz ehrlich, wie soll ich das schaffen, das einzufahren und dann das Ding, ich muss noch dieses automatische Abholkram, da haben wir wirklich Das brauche ich auf jeden Fall auch noch So, weiter geht's Ah, schafft er auf jeden Fall komplett ohne Allrad also zumindest auf dem Feld jetzt hier, da brauchen wir das nicht Das ist ja Bullshit Nein, komm Perfekt Und da war Und gib ihm Wunderwurm Orga Vollgeist Ich finde das reinzuhauen, wenn man fährt Klar kann man während der Fahrt von Straßengang von Ackergang auf Straßengang wechseln Ähm Aber Keine Ahnung Ich habe es hier wirklich jetzt so angewöhnt Weil das halt auch so knallt Weil das halt auch so knallt, ne So, gib ihn Und da sehen wir jetzt 100% Leistung Mehr geht nicht Ja Wollen wir kein Gas geben Wird aber im Spritverbrauch Ja, schön niedrig Gib kein Gas Schön rollen lassen Ja, schön niedrig Abladen Käffchen Pus Ammer 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 Ich glaube 1 Musste man noch flügen Ne Weil wenn man das noch fliegen Fliegen Flügen Flügen müssen Könnte man wirklich beigehen Und Zweimal ringsherum fahren Und dann die KI Flügen lassen Und wir könnten schon anfangen Mit Äh Ernten Aber das sehen wir dann Wenn es dann soweit ist Wir müssen ja nicht alles abernten Aber wir könnten ja Wegs schon mal anfangen Lieber ist wenn es bergab geht Ne Scheiße Ich weiß jetzt gerade gar nicht wo ich rein muss Ja Hier War doch richtig Das ist das Orientierung Sind mal wieder reingeschossen Gerade so Weil er dann Genau so ein Geräusch macht Keine Ahnung Bin ich jetzt nicht unbedingt so Schön Aber Kann man natürlich auch machen So Äh Blub Blub Und gib ihm Blub 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 schön einsammeln ja, ja, ja so ist das angenehm ja, das ein Digga seinen neuen Threaten rausgehauen schon Monster muss man jetzt mal ganz ehrlich sagen 64 Kerne, 128 Sweats das nennt man Monster aber 4000 Euro ja es sind halt zwei 32 Kerner drinne ja keine Ahnung Leute ob die Preise gerechtfertigt sind oder nicht aber bin halt auch einer der da nicht so drauf achtet wenn es um neue Hardware geht das ist so, ja ich bin eigentlich der falsche Typ dafür sich da drauf zu äußern ich sage nein es ist wenn der Menschenverstand reinkickt 4000 Euro für ne Desktop CPU nein danke also nein da muss normalerweise der Menschenverstand sagen nein aber ja hm 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 was soll man dazu sagen ne die werden jetzt auch ihr ihr Limit äh bei den Leuten suchen und dann werden sie auch die Leute äh wahllos äh ausquetschen also so wie es andere Konzerne genauso machen wie es AMD genauso machen ähm sind ja in dem Sinne sowieso schon dabei weil wenn ich immer alles nach Leistung beziehe und nach Preisen dann äh müsste ja ein GT2 RS äh Billionen kosten also daher sind für mich diese Aussagen immer falsch Leistung gleich mehr Geld etc. bla bla und ja weiß nicht das ist ein langes Thema da kann man sich viel drüber unterhalten aber ich finde da muss es müsste normalerweise irgendwo jemanden geben der da eigentlich mal einen Riegel vorschiebt es ist egal welcher Konzern ja äh ist jetzt so wie Samson hat jetzt äh S20 angekündigt 849 849 oder 899 das günstigste macht mir jetzt nicht auf 50 Euro fest und äh 1500 oder 1200 Euro das zuhörste nein so leid es mir tut nein es ist bei mir ist es vorbei also ich können jetzt auch die nächsten iPhones kommen ich mach es nicht mehr nein jetzt ist Ende im Gelände es ist Schluss mit lustig weil es einfach äh keinen Sinn mehr macht die Sprünge sind so minimal die man einfach nur noch bekommt und äh trotzdem dann der gleiche Aufpreis und was weiß ich nicht alles es ist nur noch ausbeuten und äh das war's also ich hab da auch keine Lust mehr drauf ganz einfach dieses alle zwei Jahre oder jedes Jahr stellen die Neues vor äh diese Club-Handys wie von Wazer und so ich hab mich so mega darauf gefreut und was hast du davon musst du über 2000 Euro bezahlen fick dich sorry das ist mein Schlusswort bis morgen tschüss